Was sie nicht ganz zu Unrecht als Verhöhung ihrer Werte empfanden. Die ganze Klientel hat sich geändert, also der ganze Markt hat sich geändert. Das ist ja diese typischen Sachen, diese Haushalte, wie man denen hier vorfindet, die gibt es noch en masse. Wir sind in der Erbengeneration, es wird so viel vererbt und die Generation danach, das sehen Sie ja anhand Ihres Bruders und sich selbst.